Das ist der Warteraum mit den Patienten, die für heute noch warten auf die Operation. Es wird der nächste Patient gleich aufgerufen. Der kommt zuvor und zu suchen. Ich sehe es ja eh links wie eine andere Kursche. Es ist links eine weiße Linse und rechts eine weiße Linse. Also es sieht an beiden Augen praktisch gar nichts. Das hat man ja auch gemerkt am reinführen. Rio 1. Ja. Die Patientin wird mit hoher Priorität eingeteilt, wird auch immer operiert. Derzeit kann zwei Operationen laufen. Es sind zwei Kataraktoperationen, die parallel von zwei Chirurgen gemacht werden. Mit den modernsten Geräten im Prinzip, mit Ultraschall, können wir die Linse zerlegen. So wie wir es da sehen, dass wir Antinien auch machen. Es ist nur die Operationen hier ewig schwieriger, wenn die Leute natürlich mit sehr, sehr fischendem Kranstall kommen. Denn die Linse sind oft schon so hart, dass man nur mit Mühe durchkommt. Und manchmal muss man auch ältere Operationstitoten anwenden, die wir ihn kaum noch brauchen. Weil die Linse so hart sind. Und das ist dann schon immer. Aber im Prinzip läuft das jetzt eine moderne Chirurgie hier. Und auch sehr bitter. Schauspielern. 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 Unterkunft. Vielen Dank.